hallo leute und willkommen zurück zu let's play minecraft ja wie ihr vielleicht bemerkt habt habe ich das dann mit den täglichen uploads doch nicht so hinbekommen ja mal schauen ob sich da was bessern kann vielleicht ja doch es muss irgendwie möglich sein dass es wieder funktionieren wird ja ich muss mir kurz die sonne ein bisschen leiser stellen sind wir schon wieder ein bisschen zu laut und zwar weiß ich gar nicht mehr wo wir genau stehen geblieben sind ich denke nämlich die kirche war noch nicht ganz fertig ja weil das da oben noch fehlt stimmt ja sollten wir uns denke ich mal wieder ton doch ton holen aber ich denke wir gehen zuerst mal schlafen ja ich wollte in dieser folge jetzt eigentlich nur mal kurz ansprechen und zwar ich würde gerne wieder häufiger streamen ja so einmal der woche oder jede zweite woche irgendwie so nur weiß ich noch nicht so ganz genau ob ich das nicht sogar auf twitch machen soll ich bin da noch so ein bisschen überlegen aber ich denke das könnte wieder mal lustig werden da ich jetzt sowieso schon den stream in stream wäre es wichtig ja angekündigt habe und wenn leider das datum gar nicht anfällt ich glaube in zwei wochen oder nächste woche irgendwie sowas die schweine die rennen da noch immer so rum ja also die guten alten streaming zeiten das war noch schön also ich meine jetzt die sehr alten stream in streaming zeiten danke ja das war so auch keine ahnung ende 2013 glaube ich da hat es so begonnen doch das war lustig keiner kannte sich aus ich auch nicht einfach gestreamt einfach gestreamt einfach gestreamt danke und ja irgendwie war es dann lustig das war ja damals so da hatte ich einen server im minecraft server und ich weiß der hatte nicht viel slots der hatte glaube ich acht slots oder zehn irgendwie sowas und eine zeitlang hatte das glaube ich sogar mehr ich habe keine ahnung aber auf jeden fall nicht viele und ja da war eigentlich wie gesagt auch wenn es nicht viele slots waren so gut wie immer ziemlich voll und die haben da dann alle auch immer den stream verfolgt die wussten wie doof ich bin und irgendwie war es dann lustig hat mich auf jeden fall spaß gemacht ja damals da war das minecraft spielen auch irgendwie anders irgendwie in irgendeinem sinne war das anders vielleicht weil ich jünger war wir spielen ja hier jetzt noch immer der 1.8 weil ich irgendwie noch nicht updaten will irgendwie ist das so die letzte version die mir noch gefällt ich weiß dass es nicht immer geht also auf ewig weil irgendwann kommt man dann auf keine server mehr ist mir schon bewusst aber irgendwie wird doch nur mal scheiße hinzugefügt naja kann man nicht ändern so müssen wir wieder hoch danke jetzt müssen wir mal wieder nach hause finden ich denke das ist sowieso da drüben ja mal sehen wie sie generell ja wieder weiter gehen wird ich habe mir schon so oft überlegt jetzt ich will ein paar andere spiele oder zumindest ein anderes spiel let's playen und dann fällt mir aber nie was ein aber ich bin da schon auf so eine idee gekommen ne es ist jetzt nicht so dass ich ein spiel will ne ne auf keinen fall ähm ich weiß einfach ne ich habe einfach eine idee wie ich das eventuell rausfinden könnte ja da muss man noch ein bisschen warten gut ja es wird hier jetzt generell irgendwie ein bisschen anders werden weil ich weiß nicht was mit dem nick los ist also deswegen kann ich auch nicht wirklich nochmal so die guten alten naja alt aber die schönen lustigen äh bad was folgen versprechen kann ich nicht hab ich jetzt wieder ne mal schauen das dauert wieder ich brauche gar nicht mehr viel ich glaube es war nummer fünf oder sechs fünf oder sechs so ja die ich habe ja auch so viele projekte also alte projekte die eigentlich nie beendet worden sind das ist auch komisch ja ja so ja 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 ok mal schauen ich denke jetzt fehlt noch genau einer und danach sollten wir uns dann denke ich mal ja genau einer was würde ich jetzt sagen ja danach sollten wir uns auf jeden fall mal irgendwie auf unsere farming tour begeben so brauche ich mir so reicht das reicht das reicht das ich glaube nicht ne jetzt reicht das oder ja gut danke danke ja ich denke nämlich mit unseren guten alten riad zone ist es vorbei ich weiß es aber nicht ich möchte jetzt nichts falsches sagen so meine vermutung nein gut dann reißen wir das mal weg würde ich mal einfach sagen ja 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 Bis zum nächsten Mal.